Ja, dann wünschen wir allen ein schönes Teil des 22. Februar 2017 und hier einen Appell an die Russische Justiz. Nicht nur Sprüche klopfen, nur zur Wahrheit und nicht Opfer weiter schämen. Amtlich die Lügen verbreiten unsere Sachen. Es geht gar nicht. Herr Brandstätter, sorry, nicht mich hier angehen, sondern ververstehende Handwerker. Ganz aus natürlich auch rein persönlichen Interessen und den Schaden, den man mir zugefügt hat. Ein bisschen Hintang zu holen. Das ist 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 ein bisschen Hintang zu holen. Untertitelung. BR 2018 . 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018